Ja, hallo. Ja, ich wurde in den letzten 24 Stunden mehrfach gebeten, dass ich mich einfach mal vorstelle und das tue ich jetzt hier mal. Ich tue mich ehrlich gesagt ein wenig schwer damit. Ja, also bitte habt Nachsehen mit mir. Ja, einige kennen mich ja nun schon und andere lernen mich jetzt erstmal kennen. Ja, mein Name ist Juni, ich bin 32 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Leipzig, vielleicht hört man es. Und ja, habe drei Hunde, drei Hunde, vielleicht hört man die irgendwo hier knorkeln, drei Bulldoggen. Und dadurch erübrigen sich einige Hobbys, weil entweder bin ich beim Sport, auf der Arbeit oder einfach nur mit dem Hunden unterwegs. Ja, was kann ich noch so zu mir sagen? Ähm, das muss ich kurz überlegen. Was könnte euch denn noch so interessieren? Ähm, 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 ja, keine Ahnung. Wann habe ich mein erstes Tattoo bekommen? Das ist schon Ewigkeiten her und ich bin immer noch dran, meinen Körper ein bisschen zu verzieren oder verzieren zu lassen. Habe jetzt momentan aber eine kleine Pause dafür eingelegt. Ähm, aus privaten Gründen und ja, ansonsten, keine Ahnung, ähm, ja, ich wünsche euch auf alle Fälle erstmal einen wunderschönen Tag. Ja, draußen scheint die Sonne, heute sind es bei uns in Leipzig zumindestens über 20 Grad. Das heißt also, jetzt werde ich mich gleich auf den Weg machen, mein erstes Eis genießen draußen im Wintergarten, ja klar, im Biergarten eventuell oder in einer Eisdiele. Und, äh, eventuell sieht man ja den einen oder anderen heute Abend beim Contra-K-Konzert im Felsenkeller bei uns in Leipzig. Und ich wünsche euch auf alle Fälle...